Per Orde der fast GFI Languard vielfältige Informationen zum Netzwerk, ob zu angeschlossenen USB-Geräten, Smartphones, Tablets, installierter Software, Freigaben und offenen Ports, unsicheren Passwörtern oder zur eingesetzten Hardware. Detaillierte Berichte geben Aufschluss über den aktuellen Sicherheitsstatus Ihrer Systemumgebung. Sämtliche Scannergebnisse lassen sich mithilfe von unterschiedlichen Filtern bequem analysieren. Sichern Sie Ihr Netzwerk anschließend proaktiv ab, indem Sie nicht mehr benötigte Ports schließen, veraltete Benutzer oder Gruppenkonten löschen oder WLAN-Access-Points deaktivieren. Erhalten Sie zudem ausführliche Informationen zur Hardware-Konfiguration aller im Netzwerk gescannten Computer. Hierfür werden die Daten der über den Gerätemanager von Microsoft Windows angezeigten Hardware abgerufen, unter anderem zu Mainboard, Prozessoren, Arbeitsspeicher, Speichergeräten, Grafikkarten und vielem mehr. Zusätzlich lässt sich schnell überprüfen, ob Geräte seit dem letzten Scan hinzugefügt oder entfernt worden sind. Sprecherät Begre